Katharina Naschenweng, vor 630 Tagen hast du zum letzten Mal das Teamtrikot getragen. Jetzt bist du endlich zurück. Wie fühlt es sich an? Unbeschreiblich. Ich freue mich einfach mega, dass ich wieder da sein darf. Es war eine lange harte Zeit. Umso dankbarer bin ich jetzt wieder da stehen zu dürfen. Es freut mich sehr für sie. Ich kenne sie schon lange aus der U17. Sie ist eine super Spielerin und ist auf der linken Seite einfach universal einsetzbar. Von daher freue ich mich sehr, dass sie zurück ist und dass sie wieder im Kreis des Nationalteams ist. Es ist extrem schön, dass die Kathi wieder dabei ist und dass sie wirklich auch sie zurückgekämpft hat. Weil das war eine lange Zeit, 630 Tage. Muss man mal durchhalten, sowohl im Verein, aber dann auch in der Nationalmannschaft nicht dabei zu sein. Und umso mehr freut es mich für sie, aber auch für uns als Mannschaft, dass wir sie wieder mit dabei haben. Ich habe das schon sehr vermisst. Das ist mir jetzt wieder bewusst, wie sehr mir das abgegangen ist. Und auf das habe ich mich auch schon mega gefreut. Deswegen fühle ich mich wohl und ich freue mich jetzt auf die kommenden Tage und auf die Wochen.